Hallo, liebe Freunde des gepflegten Wissenschaftstalks. Ich habe ja heute wieder an meiner schwarzen Interviewer-Couch den Alex mit dabei. Hallo, Alex. Deiner schwarzen Interviewer-Couch? Hallo. Du sollst dich so viel auf Pornhub abhängen. Du hast die Anspielung verstanden. Vielleicht stellt das dich in ein Schlechtes Licht. Ja, wir sind heute hier mit unserem ersten, sagen wir mal, etwas fachfremden Exkurs, könnte man sagen. Also eher so einem Hobby-Thema, bei dem wir wenig Ahnung haben, aber viel reden wollen. Also ein paar Sachen können wir tatsächlich halbwegs beurteilen, aber das meiste habe ich mir gerade angelesen. Also was heißt gerade letzte Woche? Ja, es ist aber, glaube ich, etwas, was euch alle sehr interessiert, und zwar ist das, sagen wir mal, Leben außerhalb der Erde. Wie sieht das Leben aus? Was für ein Leben könnte das sein? Können wir da zum Beispiel leben? Ja, das ist auch eine sehr wichtige Frage. Und vor allem gibt es intelligentes Leben. Das ist schon fast eine leidige Frage heutzutage, finde ich. Fragen, sind wir intelligent? Tja, oder sind wir die Spitze, oder ist da noch Luft nach oben? Ich hoffe, da ist noch Luft nach oben. Ja, also als ich das vorgeschlagen habe, das Thema, oder als wir uns auf das Thema geeinigt haben, sagen wir mal so, da war mir vor allem direkt ein Thema groß im Sinn. Und das war allgemein, wie Menschen außerirdisches Leben sehen, wie das aussehen könnte. Also es gibt ja viel, viel Forschung darüber, wie erdähnliche für Menschen bewohnbare, angeblich bewohnbare Planeten aussehen sollten. Da gab es ja so Sachen wie das Trappist-One-System oder das Alpha Centauri, in der sogenannten Habitable Zone stehen und irgendwie, sagen wir mal, lebensbejahende Elementsignaturen tragen und all sowas. Und da würde ich eigentlich ganz gerne einsteigen. Also glaubst du, der Mensch kann sich eine Vorstellung davon machen, wie Leben auf anderen Planeten aussehen könnte? Nur daran, dass man quasi den Menschen kennt als einziges Lebewesen im Kosmos, das bisher bekannt ist. Also das, finde ich, ist immer so die schwierige Frage. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, also wir gehen ja immer von irgendwas menschenmählichem aus, aber es hat ja keiner gesagt, dass es überhaupt menschenmählich sein muss. Ich glaube, das Erste, was wir finden, wäre irgendwas, irgendwie ein Bakterium oder sowas. Also irgendeine einzellige Lebensform oder halt ein kleiner Vielzeller. Ich glaube nicht, dass wir direkt irgendwas finden, was so ist wie wir. Und wenn ja, dann falle ich vom Glauben ab. Ja, da sprichst du mir aus der Seele, weil ich denke nämlich auch immer, es hoffen so viele Leute auf intelligentes Leben da draußen. Und ich glaube wirklich, da werden wir noch hunderte Jahre nachsuchen, wenn nicht sogar tausende, falls wir es überhaupt noch miterleben. Weil ich glaube, dass intelligentes Leben entsteht, ist so unfassbar unwahrscheinlich, wenn man sich mal so die Geschichte des Menschen auch ansieht. Ja, doch unseres Planeten, also allein das. Also da gab es so viele vollkommen zufällige Faktoren, die dazu geführt haben, dass Homo sapiens so entstanden ist, oder dass zumindest die heutige Ansicht, dass die Entstehungsgeschichte mit sehr vielen Hürden verbunden war, also mit den geografischen Gegebenheiten in Afrika unter anderem, mit den Wetterbedingungen dort, mit, wir standen auch mal angeblich kurz vor der Auslöschung. Also es gibt da viele Hinweise darauf, dass es nicht, sagen wir mal, einen universellen Plan gibt, der dazu führt, dass Menschen oder etwas Menschenähnliches, Säugetiere oder was weiß ich, entsteht. Ja, wenn du mal drüber nachdenkst, könnten ja auch im Moment eigentlich noch Dinosaurier rumlaufen, wenn sie damals nicht irgendwie gestorben wären. Das ist einer dieser Zufallsfaktoren, die gar nichts direkt mit den Menschen zu tun haben, sondern eher, ja, also für die, die es nicht wissen, also wahrscheinlich weiß jeder, dass die Dinosaurier durch einen riesen Kometen ausgelöscht wurden, also höchstwahrscheinlich ausgelöscht wurden, der irgendwo in Südamerika, in nördlichen Südamerika irgendwo eingeschlagen ist. Danach wird es, glaube ich, auch ziemlich kalt, wenn ich mich nicht höre. Genau, genau, da wird es ziemlich kalt. Es sind, glaube ich, ich will nicht lügen, 95 Prozent aller Lebewesen oder beziehungsweise aller Tiere ausgestorben. Pflanzen hatten kein Sonnenlicht mehr und so weiter und so fort. Und dadurch sind halt erst die damals schon entwickelten Säugetiere so an die Macht gekommen. Also da gab es schon so kleine Mäusevorreiter sozusagen und die haben natürlich immer im Gestrüpp gelebt und haben sich nicht rausgetraut und waren eigentlich immer nur die Jagden. Und jetzt, wo die quasi die Könige der Jäger auf einmal mit einem Schlag ausgestorben sind, haben die ihre Chance gesehen. Das ist noch unser Stand aus dem Biostudium, würde ich sagen, oder? Ich glaube schon. Man könnte auch sagen, gutes Kakerlacken nicht riesig wären, sonst hätten die es überlebt. Ja, es gab ja schon irgendwie Libellen mit vier Meter Spannweite, wenn nicht sogar größer, und drei Meter hohe Spinnen und sowas. Also das ist aber ... Weißt du? Ja, ja, doch. Das funktioniert doch gar nicht. Ja, richtig. Das funktioniert nicht mehr. Ja, okay. Also es gab früher Zeiten, also mit früher meine ich vor wirklich 100 Millionen Jahren oder, Moment, ich will nichts Falsches sagen, also auf jeden Fall schon, sagen wir mal in 10 hoch 2er bis 10 hoch 3er Potenzen, Millionen Jahren, gab es sehr, sehr viel höhere Sauerstoffgehälter in der Atmosphäre von der Erde und Insekten haben keine Lunge. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber die haben keine Lunge. Die haben nur so Trachen, also quasi wie so ein Belüftungssystem und womit quasi der Austausch von Sauerstoff in, der Übergang von Sauerstoff ins Blut stattfinden kann. Ja, und die brauchen, um wirklich groß zu werden, brauchen die halt auch viel, viel mehr Sauerstoff, weil die Oberfläche, ich könnte jetzt sehr weit auswählen, sagen wir mal, sie müssen sehr, sehr viel höhere Sauerstoffkonzentrationen in der Luft haben, um adäquat mit Sauerstoff versorgt zu werden. Das ist heute halt einfach nicht mehr so, weil der Sauerstoffgehalt sehr stark gefallen ist seitdem. Auf jetzt 21 Prozent. Genau. Auf jeden Fall, die Nischen wurden dann von kleinen Säugern eingenommen, die dann, wie wir heute wissen, dann die Welt erobert haben. Aber das hätten sie vielleicht nicht, sehr wahrscheinlich nicht, wenn es diesen Kometen nicht gegeben hätte. Und es gab viele solche Ereignisse, wo so richtig viele Arten ausgestorben sind. Da gab es noch ein viel größeres Massensterben von noch größerer Zeit. Da sind diese ganzen Meeresbewohner ausgestorben. Wie viele gab es vier, oder? Boah, das weiß ich gar nicht genau. Da wird auch spekuliert, wie viele es gibt. Es gibt auch Kometeneinschläge einerseits, die das verursacht haben. Dann gibt es noch Berichte über Vulkane, die dann irgendwie so, Supervulkane, die explodiert sind und so weiter. Also es gab genug Ereignisse, wo wirklich fast alles Leben ausgelöscht wurde auf der Erde und das dann erst wiedergekommen ist. Und das hat immer wieder quasi so Underdogs die Chance gegeben, aufzusteigen. Und auf anderen Planeten heißt das halt im Gegenzug, dass es für mich, für mein Verständnis sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwas Humanoides entsteht. Da komme ich aber gleich noch mal auf einen sehr bekannten Forscher für intelligentes Leben außerhalb der Erde. Frank Drake mit der Drake-Equation. Dann komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen, wenn ich mich dran erinnere. Ja, warte, lass. Warte, warte, warte. Ich habe das auch. Ich wollte erst mal dazu. Hast du, hast du auch noch? Okay, okay. Also eins der größten Probleme, die ich damit habe, ist, wenn du nach außerirdischem Leben suchst. Die Entfernungen sind so groß. Heißt nicht, dass du jemals mitbekommst, dass irgendwas da war. Vielleicht ist es ausgestorben und du erreichst irgendwann mal, es erreicht dich tatsächlich irgendwann eine Nachricht, dass irgendwas da war. Aber du wirst niemals mit denen kommunizieren können. Sie sind wahrscheinlich bis dahin ausgestorben oder wir sind bis dahin ausgestorben, bis irgendwas bei uns ankommt. Also ich glaube, das ist eins der größeren Probleme, die wir haben, dass wir erstens nicht wissen, wonach wir suchen. Selbst wenn wir wissen, dass es intelligentes Leben gibt, wissen wir nicht, was für Signale sie uns schicken, ob die überhaupt mit uns kommunizieren wollen. Wenn sie mit uns kommunizieren, ob es die überhaupt gibt. Also ob es die zu dem Zeitpunkt, an dem wir was empfangen könnten, überhaupt gibt. Vielleicht haben wir schon was bekommen, das haben wir verpasst. Das ist noch so eine Sache von Frank Drake. Der sucht ja seit der Zeit seines Lebens, seiner 20er Lebensjahre so. Der sucht immer noch, oder? Sucht der nach Radiowellen. Ja, der sucht immer noch. Aber der sucht halt immer noch nach Radiowellen. Und das ist immer so diese Sache, War das diese komische Stasi oder diese Organisation? Ja, genau. Und das gibt es auch noch. Search for SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. Dafür steht S-E-T-I. Da haben die jetzt mittlerweile auch einen Supercomputer. Du kannst, also du, der gerade zuhört, kannst dazu beitragen, dass man Radiofunkwellen analysiert mit einem quasi vernetzten Supercomputer. Man kann dann ein Programm runterladen und damit kann man Speicherkapazität seines eigenen PCs weitergeben an SETI, damit die quasi Radiosignale analysieren können. Aber eine ganz andere Geschichte. Ich kann es nicht empfehlen, weil wenn ihr euren PC benutzen wollt, dann geht der echt ganz stark in die Knie. Und ich habe einen E7. Ich würde mir jetzt einbilden, dass der einiges kann, aber mit diesem Programm kann er nicht umgehen. Aber ja, du sagst da was verdammt Richtiges. Da wollte ich eigentlich auch viel später drauf zu sprechen kommen. Aber ja, die böse, erstens die super lächerlichen Abstände zwischen Sonnensystemen in einer Galaxie. Und da haben wir noch gar nicht darüber geredet, wie weit Galaxien eigentlich voneinander entfernt ist. Dazwischen ist einfach überhaupt gar nichts. Und dann kommt da noch dunkle Energie hinzu, die dazu führt, dass sich leerer Raum, noch ein Funfact, leerer Raum dehnt sich aus. Leerer Raum dehnt sich immer weiter aus. Und quasi, wenn man auf eine Reise geht, die, keine Ahnung, sagen wir mal, man macht ein Kolonieschiff für Menschen, das 500.000 Jahre zur nächsten Galaxie fliegt. Da muss man noch mal ein paar hunderttausend Jahre darauf rechnen, weil sich einfach der fucking Raum zwischendurch ausdehnt. Also, ja, da gibt es noch wilde Spekulationen von wegen, dass Galaxien verschwinden allein, weil der Raum zu groß wird und die Lichtwellen uns gar nicht mehr erreichen. Aber da will ich mich auch jetzt nicht reinsteigern. Da habe ich erstens keine Ahnung von. Und zweitens wird das noch, weiß man gar nicht so genau, was dunkle Energie ist. Aber na ja, was mich sehr beschäftigt hat bei dem ganzen Thema, sind, ich bin ja ein großer Science-Fiction-Leser. Und so zeitgenössische Science-Fiction-Romane sind immer sehr, sehr spannend. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal mich an der Foundation-Trilogie von Asimov probiert, weil jeder mal sagte, Asimov, wenn du Science-Fiction magst, musst du unbedingt Asimov gelesen haben. War das mit denen, das waren doch die Gesetze, oder? Für KIs? Das hat er, das hat er, glaube ich, auch gemacht. Aber das hatte die Foundation, das ist diese Wissenschafts-Sekte, die irgendwie die Welterschaft an sich gerissen hat. Aber ich habe es nicht zu Ende gelesen, um ehrlich zu sein, weil ich das so vorher Asimov schlecht, Entschuldigung für den Asimov-Fan, aber ich finde, der ist halt echt schlecht gealtert. Und damit komme ich auch auf das Problem, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Man hat, Asimov merkt man schon die gleichen Kinderkrankheiten an, die man in allen Science-Fiction-Romanen sieht. Nämlich geht es da noch um die gute alte Atomenergie. Irgendwie so dieses, dieser eine Faktor, der alle groß machen wird, ist immer diese eine Technologie, die irgendwie geheimnisvoll ist und die viel, viel Potenzial verbirgt. Und der schreibt man dann irgendwie alle Fähigkeiten zu, dass man, dass man irgendwann Zeit reisen kann und keine Ahnung was. Also irgendwie alles, was da hochentwickelt ist, hat irgendwie Atom als Präfix. Also es gibt da Atom, Schilde, Atom, Pistolen und was weiß ich. Und wenn man das heute ansieht, heute wird das niemand mehr schreiben, weil irgendwie Atom schon, was den Science-Fiction-Faktor angeht, so ein bisschen ausgelutscht hat und Atom auch eher verpönt ist, weil man sich jetzt schon anderen Technologien zugewandt hat. Und ich denke, das wird bei, das ist bei anderen Science-Fiction-Romanen nichts anderes. Wenn man die in 50 Jahren liest, wird man sich denken, holy shit, was haben sich die Leute damals eigentlich dabei gedacht. Also hast du The Three-Body-Problem, Die Drei Sonnen, gelesen? Nope. Na gut. Kurzfassung, Spoiler, der die Bücher noch lesen möchte, bitte ab hier, sagen wir mal, ein paar Minuten überspringen. Es geht um die Invasion der Erde von Aliens. Und zwar auch, weil Radio, die Sonne wird da als Verstärker für Radiowellen benutzt. Und eine Frau, die quasi, sagen wir mal, die chinesische Kulturrevolution und Mao und was weiß ich mitbekommen hat, die hat so mit der Menschheit abgeschrieben, dass sie trotz Warnung halt, sagen wir mal, sich bei der Alien-Rasse meldet, obwohl sie weiß, dass das dazu führt, dass die Erde vernichtet wird beziehungsweise die Menschheit. Und das Buch endet damit, also der erste Teil endet damit, dass die Invasion eingeleitet wird zur Erde. Und die restlichen Teile beschäftigen sich dann damit, was in der ganzen Zwischenzeit passiert. Die Menschheit quasi, sagen wir mal, setzt alles daran, dass technischer, technologischer Fortschritt kommt und man die Alien-Rasse besiegen kann, aber die ist dann doch irgendwie tausendmal stärker. Und naja, worauf ich hinaus will, ist, dass irgendwann im dritten Teil ein ganz großes Thema ist, dass die Menschheit irgendwann nah an der Lichtgeschwindigkeit reisen kann, dass das einen wichtigen Einflussfaktor darauf hat, ob sie überlebt. Und es gibt dann irgendwie diese eine, also heutzutage gibt es ja, also du kannst irgendwie die Möglichkeit nicht mehr zählen, was sich Leute ausgedacht haben, wie man superschnell reisen kann. Und die meisten sind nicht zu Ende gedacht. Ich erinnere da gerne an das sogenannte Alcubier Drive von hier, das war von Star Trek, das Warpen von Raumzeit quasi, also dass man sich nicht wirklich fortbewegt, sondern dass man quasi die Raumzeit krümmt, womit auch theoretisch Überlichtgeschwindigkeiten erreicht werden könnten, weil man nicht wirklich sich fortbewegt, sondern wie gesagt, man verändert seine umgebende Raumzeit. Ist egal. Auf jeden Fall gibt es da nur, ja, aber es gibt in Star Trek, siehst du nur dieses Fortbewegungsmittel, soweit ich weiß. Ich bin kein großer Star Trek-Geek, aber da gibt es halt nur Warpen, aber eigentlich gibt es halt noch, keine Ahnung, zig andere verschiedene Theorien, wie das gemacht werden kann. Und bei jetzt The Three-Body-Problem ist das was anderes. Da ist es halt so ziemlich das Gegenteil. Da wird die Raumzeit quasi wie so ein Bügeleisen geglättet, sodass man, also da gibt es die Parabel, wenn man in einem Papierboot oder hinter einem Papierboot Seife gibt, wenn es im Wasser schwimmt, dann wird dadurch, dass die halt auch die Wasserspannung herabgesetzt wird, bewegt sich das Boot nach vorne. Und das wird verglichen mit Raumzeit. Wenn die Raumzeit hinter einem Raumschiff geglättet wird, gleitet das auch nach vorne und kann fast Lichtgeschwindigkeit fliegen. Und irgendwie hat dann auf einmal jede extraterrestrische Rasse fliegt auch so, nur auf diese Art und Weise, weil es nur diese Art und Weise gibt. Und ich finde Asimov und dieses, diese Technologieansichten spiegeln genau wider, wie wenig der Mensch eigentlich dazu fähig ist, sagen wir mal, out of the box zu denken. Weißt du, was ich meine? Ja, tatsächlich. Irgendwie Menschen können immer nur sehen, irgendwie einen Baum und Steine und denken, die ganze Erde besteht nur aus Bäumen und Steinen. Das bringt mich auch im Prinzip dazu. Wir hatten eben gesagt, wie könnten Aliens aussehen und so. Und das war ja auch genau das gleiche Problem, hatte auch die Weltraumforschung damals. Die haben sich auch gedacht, gut, wenn wir Leben suchen, dann muss es irgendwie auf Wasser basieren, es muss Sauerstoff atmen oder halt irgendwie Sauerstoff produzieren. Ja, gerade Sauerstoff. Egal, erzähl das mal weiter. Komme ich gleich nochmal drauf. Genau, und dann, irgendwann haben sie halt bemerkt, dass es andere Arten zu leben gibt. Es gibt Bakterien, Organismen, die zum Beispiel ganz extreme Bedingungen abkönnen, die man vorher für nicht möglich gehalten hatte. Sogenannte Extremophile. Können wir gleich nochmal drüber quatschen, aber erzähl das mal dein Problem mit Sauerstoff. Nee, du, ich glaube, du hast jetzt genau auf das Gleiche angespielt wie ich, weil ich wollte auch sagen, es ist halt Quatsch, immer nur nach Sauerstoffsignaturen zu gucken, weil es gibt halt so viele verschiedene Arten der Atmung und das wolltest du wahrscheinlich gerade sagen. Deswegen erzähl erst mal weiter. Ja, genau. Also Sulfrikanten, Methanoxidierende Bakterien sind schon zwei Beispiele, die einfach keinen Sauerstoff so brauchen. Ja, genau. Und das ist auch mein Problem, dass quasi immer nur danach gesucht wird, erstens diese Habitable Zone, und da schießen sich so viele Forscher drauf fest. Also es wird quasi nach einem Abstand zur Sonne gesucht, wo flüssiges Wasser auf dem Planeten überwiegend existiert. Und da wird aber zum Beispiel nicht mit einberechnet, was an diesen Nazar schon Trappist und auch an Alpha Centauri nicht beachtet wird, ist, dass die Sonnen relativ klein sind. Und das heißt, dass sie relativ weniger Energie, also viel weniger Wärme ausstrahlen und die Planeten viel näher dran sein müssen, damit sie genug Wärme erzeugen, dass da geschmolzenes flüssiges Wasser vorliegt überwiegend. Und da wird nicht berücksichtigt, dass dabei viel, viel, viel mehr Sonnenstrahlung auf den Planeten kommt. Also es müssen entweder die Megatiere sein mit einem Echsenpanzer hoch 10 oder keine Ahnung was, um Strahlung irgendwie zu widerstehen. Und die brauchen halt verdammt gute Reparaturmechanismen für was auch immer sie als, ja, was wir als DNA haben. Als Apple-Formation. Genau. Und was du halt gesagt hast mit diesem Atmungszeug, das finde ich noch das Spannendste. Es suchen viele nach Sauerstoff sozusagen und nach CO2, aber es wird halt auch nach Methansignaturen geschaut und Kohlenmonoxid. Also damit kann ich mich schon eher anfreunden. Ich glaube nicht, dass unbedingt jede außerirdische Lebensform Sauerstoff atmen muss. Im Gegenteil. Wir haben uns eher daran angepasst, dass irgendwann, also die Erde war vorher auch voll mit Methan und CO2, weil hier die Erde war der einzige geschmolzene Feuerball. Und irgendwann haben sich halt photosynthetisch aktive Organismen gebildet. Vor, wie viel waren es? Drei Milliarden Jahre. Und die haben halt dafür gesorgt, dass das ganze CO2 wegschnabuliert wurde und sehr viel Sauerstoff dafür entstanden ist. Das hat dann dafür gesorgt, dass die Erde massiv abgekühlt ist. Hashtag Treibhauseffekt. Genau, wir haben den quasi entfernt zum Teil. Richtig. Und dadurch ist es halt sehr stark abgekühlt und dadurch gab es erst Sauerstoff. Und daran haben sich erst anschließend Organismen angepasst. Also Sauerstoff ist quasi, kommt erst durch Leben. Deswegen glaube ich wirklich nicht, dass andere Lebensformen unbedingt Sauerstoff atmen müssen. Und wie du schon gesagt hast, es gibt halt Methanatmer, Sulphurikanten, also die quasi ... H2S zum Beispiel nehmen, also Schwefel. Genau, die oxidieren quasi entweder Schwefelwasserstoff oder die oxidieren andere Formen von Schwefel. Was man jetzt wieder als Gegenargument sagen könnte, falls ihr euch mit Standardpotenzialen da auskennt. Also da ist bei Sauerstoff das Potenzial schon relativ groß. Ja. Aber ich will jetzt nicht lügen, die sind bei anderen jetzt nicht signifikant niedriger. Aber es gab auch noch irgendwas, was dem Sauerstoff in der Nahrung kam. Ich weiß aber nicht mehr was. Auf jeden Fall ist Sauerstoff schon sehr effizient in der Energiegewinnung. So kann man das mal vielleicht zusammenfassen. Ja, aber da gibt es dann wiederum ganz andere Sachen, wie was jetzt in den letzten so gefühlt 20 Jahren sehr an Popularität erlangt hat, ist, dass man sich im Sonnensystem so Monde wie Enceladus, Saturnmond, und Europa angesehen hat und gemerkt hat, ach, hups, da gibt es ja ganz viel geschmolzenes Wasser unter einer riesigen Wasserkruste. Und da gibt es auch vulkanische Aktivitäten, weil da gibt es Geysire und dadurch, dass es halt Monde sind, die um riesige Planeten kreisen, kommt es da zu Kontraktionen und Expansionen. Mit anderen Worten, da reibt alles im Kern aneinander, was quasi aneinander reiben kann. Und Reibung erzeugt bekanntlich Wärme. Dadurch gibt es auch vulkanische Aktivitäten. Also das Ding ist warm im Kern. Grundlegend im Kern ist sehr heiß, draußen ist es kalt, es muss irgendwo dazwischen eine gemäßigte Zone geben. Genau. Und ich meine, ich glaube, auf dem hat man auch gefunden, also so Eisspalten gefunden, was dafür erspricht, dass das Eis ja in Bewegung sein muss. Genau. Und man hat da auch andere, also die Cassini zum Beispiel, diese Saturnbeobachter, sag schon, Sonde, danke. Die hat halt auch gesonderte Signaturen an Organic Compounds, also organischen Verbindungen gefunden. Und da komme ich nochmal an ein Thema, das ich eigentlich eben erst ansprechen wollte. Aber was ich auch sehr wichtig finde, es wird sehr viel nach Methan gesucht, hatte ich eben schon gesagt. Methan ist ein typischer organischer Stoff, also es ist eine Kohlenstoffverbindung. Und wird ziemlich einfacher. Ja, genau, eine ziemlich einfache, aber wird trotzdem, so sagen wir mal, typisch für Leben. Wenn da Leben ist, dann gibt es bestimmt auch Methan. So wird das gesehen von vielen, aber es kann auch sehr leicht durch vulkanische Aktivitäten entstehen. Man geht auch davon aus, dass in der Vor-Life-Phase der Erde, dass es sehr, sehr viel Methan in der Atmosphäre gegeben hat. Glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und dass es deshalb nicht heißen muss, dass da Leben entsteht. Aber ich studiere jetzt wieder Chemie. Und ich muss sagen, je tiefer man in die Chemie einsteigt, desto eher wird einem klar, dass halt diese ganzen typisch, sagen wir mal, mit Leben assoziierten organischen Verbindungen, kurz gefasst, ich kann mir schlecht vorstellen, dass in anderen Lebensformen das großartig anders läuft. Also es kann bestimmt andere Stoffe geben, die für andere, für, sagen wir mal, Speichern von Erbinformationen genommen werden oder was weiß ich. Aber die großen chemischen Reaktionen, die, glaube ich, wirklich fest werden auf gleiche Art und Weise. Ja, die müssen die. Auch die ganze Kohlenstoffchemie. Es gibt Leute, die sagen, Silizium zum Beispiel ist von der Bindigkeit ähnlich wie Kohlenstoff. Und es kann ja auch Silizium Leben geben. Aber es gibt übrigens eine Akte-X-Folge. Ich fluch ja immer auf Akte-X. Und da gibt es auch eine Folge, wo es Silizium diese, ich weiß nicht mehr wie die heißen, nennen wir sie mal Silikanten gibt. Witzigerweise haben die das auch in, wie heißt es, diese, The Big Bang Theory hat das auch verwendet, tatsächlich. Ja, aber ich, wir lernen ja gerade Siliziumchemie und ich weiß nicht, was da andere, vielleicht habe ich einfach noch nicht den wissenschaftlichen Weitblick, aber Siliziumchemie ist von der Warte, von meiner Warte aus eine ganz andere als Kohlenstoffchemie. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie Leben entsteht nach den Molekülen, die so entstehen bei Leben. Naja, aber es ist vielleicht auch nur, wie gesagt, meine eigene Einschätzung. Was ich ganz geil fand, warte, ich unterbreche dich jetzt mal direkt. Kein Problem. War der Saturnmond, glaube ich, der Enceladus. Ja, Enceladus, ja. Sau geil, einfach, dass diese riesige Wasserfontäne, dieser Geysir, der da rauskam. Ja, ne, da hat man den, also man hat Enceladus überhaupt erst als, vulkanisch aktiven Mond erkannt, weil Cassini diese riesen Wasserfontäne visiert und man sich dachte, hups. Ja, man hat ja am Anfang gedacht, der wäre arschkalt und da gäbe es halt nichts. Ja. Und da gab es diese riesen, diese riesen Geysir-Geschichte. Genau. Und das heißt, es gibt auch flüssiges Wasser irgendwo zwischendrin. Ja, richtig. Also da bin ich auch relativ zuversichtlich und finde das mal endlich ein innovativer Schritt bei der extraterrestrischen Suche nach Leben. mal da zu gucken, weil sowas findet man halt nicht mit dieser typischen Art und Weise nach bewohnbaren Planeten zu suchen. Also da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es irgendwas gibt, was da lebt. Also, ich meine, hat man ja auch im Yellowstone gefunden, willst du auf die Smoker eingehen? Genau. Ach so, ja. Bitte, bitte. Also im Yellowstone-Nationalpark hat man ja auch Extremophile gefunden, also Thermophile, die zum Beispiel in kochendem Wasser leben können und die müssten halt nur noch Methan auch verwenden können und dann geht es denen gut, glaube ich, auf den Planeten. Von daher kann ich mir das relativ gut vorstellen, dass es da was gibt. Ja. Auch unterirdische Vulkane wurden ja, wurde auch schon in den 80er-Jahren, gab es da, glaube ich, einen Biologen, der gesagt hat, oder der die These aufgestellt hat, dass extraterrestrisches Leben auch an solchen Vulkanwasser-Habitaten entstehen kann. Also wo es viel Wasser gibt und vulkanische Aktivität, die sogenannten, wie heißen die, Black Smoker oder Yellow Smoker? Auf jeden Fall so Vulkanöffnungen unter Wasser, das ist sau warm da. Es gibt super viele Nährstoffe und Mineralien, die aus dem Inneren der Erde quasi heraus katapultiert werden. Und da wimmelt es nur so. Also es ist Wahnsinn, wenn man sich die Bilder ansieht, was da an Leben existiert. Mehr als quasi ein paar Kilometer weiter am Erdboden, am Ozeangrund sozusagen. Und dieser Forscher ... Dadurch, dass es quasi eine untere Stufe gibt, die das verwerten kann, kann es auch eine höhere Stufe geben, die davon lebt. Ja, richtig. Also es ist quasi eine eigene Erde nochmal an diesen Black Smokern. Und das war ein deutscher Forscher, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, Entschuldigung, der war halt fest davon überzeugt, dass das Leben, also die Abiogenese dort stattgefunden hat. Und ich kann mir das ehrlich gesagt auch sehr gut vorstellen, weil Wärme, Wasser, viele Mineralien, das ist auf jeden Fall, das sind die besten Zutaten für eine Lebenssuppe. Ja, und halt auch passende Chemie, also es ist alles da, was du brauchst. Genau. Kannst was oxidieren. Und da kommen wir wieder zu Enceladus und, na sag schon, Europa. Die haben nämlich auch vulkanische Aktivitäten und flüssiges Wasser. Wobei man bei Europa sagen muss, ist halt ein Jupiter-Mond. Die haben wieder die Scheiße, dass es da mega viel Strahlung gibt. Also Jupiter ist ein einziger, ich weiß nicht, ob irgendjemand die Juno-Sonde verfolgt hat, aber die haben allein einen riesen technischen Aufwand dadurch, dass die sich gegen die immense Strahlung von Jupiter abschirmen musste, die Sonde. Krass. Da hat man richtig beim Eintritt in diese supergroße Ladungsatmosphäre, in den sogenannten Jupiter's, also Jupiter's Raw hieß da, haben die das genannt, so richtig so von absolute Weltraumstille zum einzigen Geigerzähler oder was auch immer das war, gehört. Also es war schon sehr spannend. Juno, Leute. Juno, Juno Spacecraft unbedingt verfolgen. Ja, also wenn ich mal das, was ich noch sagen will, ein bisschen zusammenfassen möchte, würde ich sagen, Leben im Weltall halte ich für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Auch Leben, das unserem sehr ähnlich ist, zumindest in den Grundzügen, für sehr, sehr wahrscheinlich. Aber intelligentes Leben, Alex, ich weiß nicht. Ich würde ja schon zweifeln, ob wir intelligent sind, wunderhaft. Ja, ganz ehrlich, wenn wir die Menschheit diskutiert, ob man irgendwann mal auf anderen Planeten leben will, mit Terraforming und Co. Stephen Hawking hat gesagt, in 100 Jahren müssen wir weg sein. Ja, das ist Gott sei Dank. Nee, nicht. Und da fragt man sich, ob wir wirklich intelligent sind, weil im Endeffekt überlegen wir, ob wir einen anderen Planeten besiedeln können, aber kriegen es nicht in unseren Planeten selbst. aufrechtzuerhalten. Von daher bin ich da sehr, sehr skeptisch. Das ist ein sehr guter Punkt. Ein sehr guter Punkt. Man sagt immer so schön, ja, was weiß ich, was hat Frank Drake hat gesagt, fast jeder Stern hat Planeten und 25 Prozent dieser Planeten oder 25 Prozent der Sonnensysteme mit Planeten haben einen bewohnbaren Planeten. Ich glaube, es wurde sogar ausgerechnet, dass es 20 Prozent sind. Ja, ja. Ja, das wurde mehrfach bestätigt, glaube ich. Ja. Und das Problem ist aber nach wie vor, das, was du eben vollkommen zu Recht meiner Meinung nach angesprochen hast, das bringt uns nichts, wenn wir da nicht hinkommen. Wir haben jetzt, wie heißt es nochmal, Voyager 1 oder Voyager 2, ich weiß nicht mehr, diese Sonde, die mit den menschlichen, mit menschlicher Musik und einer Beschreibung zu unserem Sonnensystem rausgeschickt wurden. Genau. Die haben, die ist, glaube ich, jetzt erst an den äußersten Rand des Sonnensystems vorgedrungen und wird da noch, keine Ahnung, jetzt noch zig Jahre bleiben, bis er überhaupt aus dem Sonnensystem raus ist. Und der fliegt schon seit fucking 50 Jahren, Leute. Also. Die Frage ist halt, ob wir jemals davon was haben. Also, kriegen wir davon jemals Daten? Das, also, wenn man sich... Oder fliegt der so weit weg, dass wir da nichts mehr zurückkriegen? Oder, was weiß ich, kriegen wir davon was mit? Also, ich glaube wirklich nicht, dass irgendwas von dieser Sonde jemals übrig bleiben wird. Okay. Die haben eine Goldplatte geschickt, ne? Das zerfällt sehr, sehr, sehr langsam. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann mal auf was trifft, ist schon so unfassbar lächerlich gering. Und zweitens, dann, dass man noch irgendwas davon wiedererkennt als Sonde, kann ich mir auch sehr, sehr schlecht vorstellen. Da gibt's halt so viele, so viel Sternstaub, so viel Reibung, so viel Strahlung, die in, ja, okay, in dem leeren Raum zwischen den Sternensystemen wird man da nichts, gibt's da nichts mit Strahlung, aber ich glaub trotzdem nicht, dass da viel von übrig bleibt. Ganz ehrlich. Naja. So, aber ganz ehrlich, also, ich hab heute noch ne kurze Doku von Harald Lesch gesehen, zum Terraforming. es wär prinzipiell wären sechs Monate zum Hinfliegen. Eigentlich ganz entspannt. Haben halt nichts da, ne? Also, es ist ne Wüste. Wohin denn? Zum Mars. Wohin denn? Sorry. Ach so, ah, zum Mars, ja. Ja, Mars ist ein sehr gutes Thema, ja? Ja, genau, das meinte ich ja. Also quasi, Stephen Hawking hat ja gemeint, wir müssten uns von der Erde wegmachen. und sein Vorschlag war wohl der Mars. Ja. Wie gesagt, da hab ich diese kurze Doku eben vorhin geguckt und fand's ziemlich witzig. Also ich mein, es gibt Wasser, ja, ist versalzen unter der Oberfläche und der Rest ist zu kalt. Es hat keine richtige Oberfläche. Es hat nur zehn Prozent der Erdmasse, die man nicht wirklich, also die kannst du nicht viel größer machen. Klar, selbst wenn du da was wachsen lässt, wird dir jetzt nicht so den Unterschied machen. So. Selbst wenn du in der Atmosphäre, aufbauen könntest, wär die bald wieder weg. Ja, außer du machst halt wirklich, lässt dir wirklich Zeit, da sich zu bilden. Ja. Keiner verspricht uns, dass wir überhaupt so lange leben. Hat er auch erwähnt, dass der komplette Marsboden total giftig für Menschen ist? Ich glaube nicht, nein. Ja, das ist nämlich irgendeine Phosphatverbindung, glaube ich, die super giftig für Menschen ist auf jeden Fall. Also da müsste man mit der Erde auch noch mal was tun. Ich finde ja, aus Doom, finde ich eigentlich ganz geil. Die haben eine Möglichkeit gefunden, aus dem Marssand quasi Treibstoff zu machen und Wasser und alles mögliche. Was weiß ich noch? Irgendwas mit Atom. Nee, keine Ahnung. Also die haben da irgendwie dieses UAC oder wie das heißt. Auf jeden Fall haben die das sogar in einem Spiel, das schon, wie viel jetzt, 40 Jahre alt ist, schon irgendwie rausgewurstelt. Okay. Easy peasy. Ja, da habe ich doch so ein paar witzige Sachen wie hat kein eigenes Magnetfeld, es kommen Sonnenwinde auf, die bis zu 600 Kilometer pro Sekunde schnell sind, was nicht unbedingt zuträglich ist für die Atmosphäre, die es gerade kaum gibt. Ja, genau. Hast du einmal Sauerstoff, der ist von Sonnenwinden sofort weggeblasen. Also für die Leute, ja, für die Leute, die es nicht wissen, wir haben ja so eine schützende Erdatmosphäre und ein Magnetfeld und die Atmosphäre, die wird von Sonnenwinden, das heißt, das sind geladene Teilchen, die von der Sonne in regelmäßigen Abständen mal weggeblasen werden, die sieht man bei uns als Sonnenwinde, so diese hübschen, grünen, flatterigen, gespenstischen Erscheinungen an Nordpol, ist das Plasma, das halt abgelenkt wird und ohne Atmosphäre wird, ohne, Entschuldigung, Magnetfeld wird die Atmosphäre halt komplett weggeblasen werden innerhalb weniger Jahre. Was war nur am Nordpol oder am Südpol? Er sagt schon, hier, Polarlichter. Ah, nur Norden. Ja, genau. Ja, okay, okay. Ja, ich war mir nicht mehr so sicher, macht auch Sinn, wenn man sich mal so die Erde vorstellt, die ist ja leicht mit dem Nordpol zur Sonne geneigt. Ja. Das macht schon Sinn. Ja, das macht Sinn. Auf jeden Fall, hat Mars auch schon mal eine Atmosphäre gehabt. Ja. Geht man schwer von aus. Wir haben mit geschmolzen, also unser Magnetfeld kommt ja vom geschmolzenen Erdkern und der Erdrotation und da geht man davon aus, dass das Mars auch mal gehabt hat. Also Mars und Erde waren sich sehr ähnlich vor noch drei, vier Milliarden Jahren. Genau, 3,8 bis 3,5 Milliarden, vor 3,8 bis 3,5 Milliarden Jahren, Gott, in der noachischen Periode hat das Ganze gehiesen. Ah, okay. Hat es da flüssiges Wasser gegeben und eine stark kohlenmonoxidhaltige Oberfläche. Also es, ja. Genau, wir hatten aber einen Druck von 0,1 bis 20 Bar und dadurch, wie gesagt, dass es kein Magnetfeld hat und keinen heißen Kern und eine geringe Größe, ist das Ganze ausgekühlt und die Sonnenwinder haben die Atmosphäre wegionisiert. Ja, jetzt hat es jetzt ein Hundertstel der Erdatmosphäre. Ich dachte, ich dachte, der, die, also, Mars hätte doch eine Atmosphäre gehabt, beziehungsweise ein Magnetfeld. Nee, ich glaube, das war der Punkt, dass dadurch, dass es kein Magnetfeld gab, hat halt nichts geschützt vor den Sonnenwinden und durch die geringe Größe ist es dann halt auch schnell ausgekühlt. Siehste, wieder was gelernt von dir, Alex. Also ich war eigentlich auf dem Stand, dass der Erdkern geschmolzen war und es ein Magnetfeld gegeben hat, aber der ist irgendwann halt erstarrt und dadurch ist halt, wird es mit Sonnen in die ganze Atmosphäre weggetragen. Das ist ja krass. Zumindest laut Fokus, keine Ahnung, wie gut die das sind. Ja, es gibt ja auch irgendwie, ich glaube, keine Einigkeit, was das betrifft. Ja, ja, interessant. Ja, es gibt auch Leute, die, es ist, also es haben Forscher wirklich ohne Scheiß quasi zur Diskussion gestellt, zur Debatte gestellt, dass man den Mars-Erdkern wieder schmelzen könnte mit Atombomben. Ja, Moment, das war auch die Idee quasi, Wasser auf dem Planeten zu kriegen, ist ja auch Nord-Südpol einfach zu bombardieren mit Atombomben, weil dann wird das Wasser wieder flüssig. Okay. Eine andere Möglichkeit, die fand ich super geil, einen 200 Kilometer großen Spiegel, den das Ganze aufhitzen würde. Ja. Aber meine Favorite-Idee war immer noch, Kometen einfangen und auf die Oberfläche werfen. Das ist, also du lachst, aber ich glaube, das wird irgendwann, ich glaube, das wird wirklich irgendwann ein heißes Eisen werden, auch wegen Gewinnung von Metallen und so weiter, dass man immer mehr auf Kometen zurückgreift, um Metalle und Wasser daraus zu gewinnen. Das kann sein. Wo wir gerade beim Mars sowieso schon sind. Ja. Was ich richtig cool fand, war, dass der Lash dann noch meinte so, ja okay, stellen wir uns vor, wir haben die Atmosphäre hinbekommen. Es gibt zwei Monde, die um den Mars kreisen, Phobos und Daimus. Und die, die würden sich an der Atmosphäre reiben. Wozu führt das? Dass die entweder in die Atmosphäre stürzen oder, ja, dass sie eine Masse verlieren und kommen dem Ding immer näher, bis sie irgendwann reinkrachen. Genau, das heißt, es bringt uns dann auch nicht so viel. Hm, aber würde das dann nicht das noch weiter erwärmen? Man weiß es nicht. Natürlich würde es das weiter erwärmen. Die Frage ist, obwohl, je nachdem, wie sehr es zerstört ist. Ja, wenn man nicht vorher Menschen drauf knallt, sondern erst die Monde drauf krachen lässt, dann vielleicht. Ja, aber dann ist es ja auch ewig nicht bewohnbar. Das ist ja auch das Problem. Das stimmt auch. Und dann ist die Frage, ob du jemals eine Atmosphäre kriegst. Ja, also, wenn wir jetzt schon beim Thema Mars sind, hast du zufällig die Serie gesehen, Mars? Die ist, glaube ich, irgendwie auch von National Geographic oder irgendeinem, irgendeinem, irgendeinem Natur, okay, hast du gesehen, Snickers? Du bist nicht, du bist nicht, du selbst, wenn du Hunger hast. So ungefähr. Nee. Das zieht sich aus der ersten Folge durch, übrigens. Ah, Snickers oder was? Ja, Snickers. Gab's auch in der ersten Folge. Snickers ist doch der beste Müslungsregel auf der Welt. Also, wir machen keine Schleichwerbung, ne? Muss ich das jetzt rausstreichen, sonst werden ja auch wie hier die Freundin von Hummels verklagt. Naja, wir machen ja im Prinzip keine Werbung, weil wir auch kein Geld dafür kriegen. werden noch nie Geld bekommen dafür. das stimmt. Ja, es wäre nett, wenn wir es kriegen würden. Egal, Mars, die Serie. Die war, habe ich total gefeiert, weil da ging es um auch die Mars-Mission, die ja frühestens Mitte der 2030er Jahre erst stattfinden werden kann. Und ich glaube auch eher ein bisschen später, aber naja. und da geht es auch um die Schwierigkeiten. Du meinst die von der NASA oder? Ich glaube, die haben ein Joint Venture zwischen NASA, SpaceX und ESA. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Und da wird auch Elon Musk ständig mitinterviewt und andere Funktionäre bei der NASA und bei ESA und werden halt gefragt zu bestimmten Sachen, zum Beispiel den Stürmen auf Mars und was das alles für Probleme mit sich bringt. Ja. Naja. Und die Serie ist wirklich sehr, also für Leute, die Science-Fiction und gerade so extraterrestriere Life mögen, sehr, sehr spannend. Weil letzten Endes werden die Gelder fast eingestrichen, aber ganz zum Schluss, da findet man Leben auf dem Mars. Spoiler, Spoiler. Und das war, ich musste ganz kurz, ganz kurz schluchzen, so eine Freudenträne verdrücken, weil das das muss man sich, das kann man sich jetzt nicht vorstellen. So unwahrscheinlich wie es ist, dass wir außerirdisches Leben finden, so unfassbar wird das sein, wenn man außerirdisches Leben findet. Ja. Und es gibt so viele Leute, die felsenfest davon überzeugt sind, dass man irgendwann Radiowellen finden wird, die außerirdischen Ursprungs sind, dass man fast schon allein für diese Leute, damit die den Triumph fahren, wünscht man sich, dass man das eines Tages findet. Weil, was du eben gesagt hast, sind die Menschen intelligent. Ich glaube, wenn die Menschen herausfinden, wir sind nicht allein und wir sind halt alle, alle quasi dasselbe, wir sind alle Menschen, fällt es dem Mensch auch leichter zusammenzuhalten. Auch wenn das jetzt sehr emotional klingt. Du denkst quasi, wenn wir einen anderen Feind haben, kriegen wir das hin, zusammenzuhalten? Nicht Feind, aber ich glaube ... Das ist doch das typische Menschdenken, weißt du? Alles, was ich bin, ist ein Feind. Ja, okay, das wahrscheinlich schon. Vor allem der Klischee-Amerikaner aus Independence Day wird wahrscheinlich sagen, wir schießen lieber zuerst, wir geben lieber einen Schuss von Bug, bevor wir dies zuerst machen. Und das ist auch die allgemeine Theorie von dem Autor von die drei Sonnen, der ist Chinese und deswegen möchte ich den Namen nicht aussprechen, weil ich niemanden beleidigen möchte, aber der geht halt, zeigt halt auch ein Bild von Außerirdischen, die grundsätzlich aggressiv sind und nicht nur das, der leitet oder ein Wissenschaftler da leitet wissenschaftlich her, dass es vollkommen logisch ist, dass alle Außerirdischen sich gegenseitig feindlich gesinnt sein müssen. Alle Lebensformen sind sich gegenseitig feindlich gesonnen. Die Frage ist halt, wenn wir es schon auf der Erde nicht hinbekommen, miteinander zu leben, warum sollte man es, ja, egal. Ich kann diese These verstehen, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, den Menschen ist das nicht angeboren. Also wir haben halt leider große Mächte, bei denen es irgendwie zur Kultur gehört, Stärke zu zeigen und so weiter, aber das muss auch nicht immer so sein. Also wenn man sich zum Beispiel asianische, indianische oder Eskimo-Kulturen oder sonst was anguckt, dann sieht man wiederum Menschenbild, die vollkommen selbstbewusst im Einklang leben und wissen, dass sie sich nicht selbst zerstören sollten, sondern das, was sie verbrauchen, wieder generieren lassen oder selbst generieren sollten. Und irgendwie so dieser europäische und ja, wo war es noch, auch im asiatischen Raum gab es ja auch diese Supermächte, Mittelalter, Antike und so weiter, die halt nach immer mehr gestrebt haben. Immer, immer, immer mehr. Und ich glaube nicht, dass das typisch menschlich ist. Ich glaube nur, dass dadurch, wenn du zehn Leute hast und einer ist ein Arschloch, der allen anderen immer was wegnimmt, hast du irgendwann nur noch Arschlöcher. Und ich glaube, dass es bei uns auf der Erde passiert. Ich glaube, Menschen können auch anders, aber unter den jetzigen Bedingungen kann sich halt keine Rasse, die in Science-Fiction-Filmen und Geschichten oft dargestellt wird. Eine Menschheit, die nach Forschung und immer mehr Wissenserlangung strebt und nach Einklang mit anderen Leben und mit anderen Lebewesen und mit der Erde, die Erde wird rein und alle leben glücklich und den Frieden, die kann sich nicht entwickeln unter den jetzigen Umständen, weil guckt dir mal Diskussionen über Klima an. Ich habe heute von einer Satire-Zeitschrift einen Beitrag gelesen in sozialen Medien mit dem ich, mit mehr oder weniger, also es ist jetzt kein direktes Zitat, aber die haben sozusagen gesagt, ja, wir wollen auf jeden Fall den Planeten retten. Also 98 Prozent aller Deutschen sind für Klimaschutz. Aber es hört dann halt auch auf bei Fleisch essen nö, spinnst du, CO2-Steuer, habt ihr sie nicht mehr alle und Autofahren und sowieso sollten sich die Leute, die Klima schützen wollen, dass die bei den Profis überlassen. Also solange es halt so ein Gedankengut gibt, so wir wollen keine Arbeit, also alle wollen, alle wollen Klima schützen, aber dann heißt es aber die Arbeitsplätze und wer soll das bezahlen? Gerade Anne Will, wir haben heute den Tag, der Aufnahme ist der 7.5. Ich glaube, gestern oder vorgestern gab es diese wilde Anne Will-Diskussion, ich weiß nicht, wann Anne Will kommt, Entschuldigung, Anne Will, darüber, wer soll quasi den Klima, den Schutz vom Klimawandel bezahlen? Ja, wenn man sich solche Fragen stellt, hat man nicht ganz verstanden, was uns blüht, finde ich. Weil wenn man merkt, was mit der Erde passiert, dann kann man nicht die Frage stellen, wer soll das bezahlen? Sondern wenn wir alle hinterher tot sind, dann stellt sich halt niemand mehr die Frage, wer das bezahlen soll, dann, oder wenn, nicht wenn wir tot sind, aber wenn wir unter vollkommen lebenswidrigen Umständen leben, alle Atemmasken tragen müssen, keine Ahnung, was uns blüht, Hungersnöte, Hungersnöte werden definitiv auf uns zukommen, dann denkt man sich wahrscheinlich, was haben sich die Leute damals vor 50 bis 100 Jahren eigentlich gedacht, diese dummen Vollidioten? Was ich halt, was ich mir jetzt sehr, sehr pessimistisch, aber was ich mir so irgendwann mal gedacht habe war, wir kriegen es auf jeden Fall nicht hin. Ich glaube, es wird ein großes Artensterben geben, ich glaube, es wird sehr heiß, es gibt eine kleine habitable Zone und da überleben ein paar und dann läuft es genauso weiter, also dann wird es quasi erstmal alles eingedämpft, es gibt, eingedämpft, es wird kein Internet, nichts mehr geben, die Leute werden wieder leben wie vor, keine Ahnung, 1000 Jahren. So lange, bis sich das wieder halbwegs, äh, akklimatisiert und wir irgendwie klarkommen mit dem Planeten. Ich glaube nämlich nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwo hingeht, dass wir das hinkriegen. Nee, ich glaube auch nicht, dass wir das hinkriegen. Wir müssten ja jetzt schon quasi, um die Erdbeerwärmung nur einzudämmen, müssten wir ja jetzt schon viel, viel mehr machen. Ich habe heute mal einen Vergleich gesehen, wir müssten so unsere, unseren CO2-Ausstoß pro Person, ich glaube um 75 Prozent reduzieren oder so. Das heißt schon mal Autofahren wäre, also privates Autofahren ist komplett undenkbar. Also das ist absolut uns unzumutbar für diese Ziele. Flug, fliegen müsste auch mindestens fünfmal so teuer werden, damit man da irgendwas erreicht. Ja, und da haben wir noch gar nicht geredet über Ausstoß durch Kohle und so weiter und so fort. Die größten Sünder sind halt so ziemlich Kühe, Flugzeuge, so Sachen, von denen niemand ablassen möchte, weil es schränkt ja die persönliche Freiheit ein. Naja. Ja, also ich habe hier auch letztens ein Paper gelesen von PNAS, das auch sagt, dass wir das nicht so besonders gut hinbekommen und das auch quasi selbst wenn wir drunter bleiben und die Polkappen schmelzen, das einfach zur Erhitzung führen wird und dass wir so viel machen können, wie wir wollen, dass wir wahrscheinlich schon fast drüber sind. Ja, das glaube ich auch. Hier, self-reinforcing Feedbacks could push the Earth system towards the planetary threshold. Gott, sprach viele Leute. Genau, und das Ganze wird dann als Hothouse Earth bezeichnet. Bin mal gespannt. Ob die Leute recht haben. Bin auch mal gespannt, ja, also ich glaube, unsere Kinder werden die Anfänge mitbekommen und wenn alles so kommt, wie es prophezeit wird, dann gibt es danach gar keine Generation mehr. Cool. Ich glaube nicht, also das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, irgendwann mal kriegen wir es hin, die Hälfte krepiert, weil es kein Essen mehr gibt. Klingt jetzt negativ, aber irgendwie ist es dann auch ein schöner Gedanke. Im Endeffekt überlebt die menschliche Rasse doch. Das ist zumindest mein Gedanke. Da kann ich nur ein sehr schönes Zitat übrigens aus Die Drei Sonnen wiedergeben. Und zwar sagen, ganz zum Schluss übermitteln die Aliens eine finale Botschaft. Ihr seid nicht mehr als Insekten, glaube ich, sagen die. Und daraufhin, als dann quasi die Forscher, die die Nachricht übermittelt bekommen, sich total zulaufen lassen, weil sie denken, das letzte Stündlein hat geschlagen, kommt ein anderer zu denen und sagt, Leute, guckt euch mal die Felder an, guckt euch mal die Menschheit an. Wie lange leben wir schon mit Insekten? Wir haben Insektenmittel erfunden, wir haben alles Mögliche erfunden und trotzdem gibt es diese scheiß Viecher noch. Also steckt man nicht den Kopf in den Sand. Und das würde ich an dieser Stelle auch sagen, Menschen sind tatsächlich wie eine Krankheit, die, man kann sie nicht so ganz ausmerzen. Die Grippe kommt immer wieder, egal wie viele Impfungen wir erfinden. und so wird es bei den Menschen auch sein. Aber ja, du hast recht, ich glaube, es wird eine Zeit kommen, erstens, wo viele Menschen verhungern und zweitens wird es, also ich glaube nicht, dass es so krass wird, dass wir wieder wie in Antike leben. So schlimm geht es jetzt glaube ich auch nicht. Aber ... Ist halt die Frage, was an Wissen übrig bleibt, ne? Ja, also ich glaube, es wird extrem viel Wissen verloren gehen, das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn ein paar Gelehrte überstehen, das wäre ja schon ganz super. Ich glaube grundsätzlich, so Grundlagenchemie lässt sich noch sehr leicht machen. Und ich glaube, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, Energie zu gewinnen, wird es auch weiterhin Technologie geben. Also da glaube ich schon, dass es das weiterhin geben wird. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr lange dauern, bis sich das Wissen wieder ausbreitet. Weil wenn du mir überlegst, das Überleben, keine Ahnung, in den USA ein Arzt und das gemeine Volk, keine Ahnung, jetzt mal ganz, ganz basic, so nach dem Motto, okay, es gibt einen Gelehrten da und es gibt auf der in Europa eine Elektro- Ich stelle jetzt ein Apokalypse-Team zusammen. Ein Elektrotechniker. Bis die zwei sich treffen. Das dauert. Das stimmt allerdings. Also ich glaube, es wird dauern, wenn es mal passiert. Aber wir sollen das Ganze jetzt nicht so negativ sehen, weil ich glaube, wenn wir wirklich, wenn sich die Welt mal zusammensetzen würde und sich den Arsch aufreißt, dann könnte es auch einfach mal klappen. Ich meine, ich glaube nicht, also ich, wie gesagt, ich sage die ganze Zeit, es wird so sein, weil ich nicht daran glaube, dass wir uns bessern könnten. Wenn sich aber von heute auf morgen die Welt bessern würde, könnte es tatsächlich noch funktionieren. Weiß mal ehrlich. Ja, ich glaube auch, die Welt wird jetzt nicht untergehen wegen des Klimawandels. Aber ich glaube, es werden halt viele Menschen leiden. Und wir können da jetzt noch ganz schnell einen positiven Bogen zu extraterrestrischem Leben schlagen. Nämlich, es gibt auch, ich weiß nicht, ob du über deinen Recherchen auf die Big Filter gestoßen bist. Aber, also es ist ganz große Fermi-Paradoxon. Sagt dir Fermi was? Das ist so ein bisschen so ähnlich. Es gibt quasi mit der Drake-Equation gibt es ... Dass wir noch nichts gefunden haben, ne? Genau, das ist die Frage, also die Drake-Equation gibt quasi eine nicht lösbare Gleichung für die Berechnung, wie viele extraterrestrische Planeten es gibt, die intelligentes Leben beherbergen. Und nach der, aber wenn man die grob überschlägt und eher so Schätzwerte abgibt, dann müsste man trotzdem auf viele, viele intelligente Rassen allein schon in der Milchstraße kommen. So, und Fermi, das ist auch ein Physiker, glaube ich, gewesen, der hat sich irgendwann, boah, wann war das? 30er, 40er Jahre? Ist schon, ist auf jeden Fall schon lange her. 1950. Ja, genau, 1952, 3. Mai 1959 hat er ein Paper veröffentlicht mit, nee, keine Ahnung wann, mit der Frage, wo ist denn das ganze extraterrestrische Leben? Eigentlich müsste das, dass die Galaxie ja quasi überquillend an Leben und wo sind die und der. Und daraufhin, das hat sehr viel Diskussion losgetreten und dadurch, daraufhin ist unter anderem diese Filtertheorie entstanden, die Big Filter. Und zwar kann es sein, dass viele intelligente Rassen nicht überleben, weil sie sich halt, wie wir, wo wir gerade auf dem besten Weg hin sind, vorher selbst in die Luft jagen. Also es kann, es kann den noch so, das noch so erfolgreichste Lebewesen geben. Aber wenn man in die Jahrmillionen geht, die Lebewesen existieren, wie zum Beispiel Homo erectus, der hat es wahrscheinlich fast zwei Milliarden Jahre gegeben. Entschuldigung, zwei Millionen Jahre gegeben. Ich wollte gerade sagen, okay. Nee, nee, zwei Milliarden, nein, nein, das wäre sehr, sehr, sehr beträchtlich. Wenn, wenn der so um die zwei Millionen Jahre gelebt hat, dann muss er irgendwann ausgestorben sein. Der hat fucking zwei Millionen Jahre überlebt. Uns gibt es wie viel? 400.000 Jahre ungefähr, wenn es hochkommt. Und der hat einfach quasi das Fünffache davon überlebt und ist dann auf einmal von der Bildfläche verschwunden. Kein Mensch weiß warum. Der muss quasi in großen Teilen Afrikas, muss der gelebt haben, wahrscheinlich noch viel weiter. Und auf einmal war er weg. Und wenn man sich jetzt die Menschheit anguckt, uns gibt es 400.000 Jahre. Wir stehen jetzt schon an der ersten großen Prüfung, wie viele von uns überleben werden sozusagen. Und das wird als als Filter bezeichnet. Das kann aber auch eine Krankheit sein. Ja, das kann alles Mögliche sein. Oder vielleicht das intelligentes Leben. Vielleicht ist der große Filter schon, dass es große Dinosaurier gibt. Vielleicht ist das auch ein Filter, warum kein intelligentes Leben entsteht. und daraufhin ist halt auch die Frage entstanden, stehen wir vor dem großen Filter oder haben wir den einfach schon hinter uns und wir könnten die erste intelligente Rasse sein, die das das Weltraum bereist. Also zufällig den Filter überlebt hat? Ja. Okay. Genau. Halte ich für auch sehr unwahrscheinlich, aber auch die Entstehung des Lebens ist sehr unwahrscheinlich. Von daher es ist alles offen. Ich glaube auch eher, es ist die Entstehung intelligenten Lebens, die extrem unwahrscheinlich ist. Und das ist quasi der große Filter. Ich glaube, also Leben finden wir auf jeden Fall noch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich glaube auch. Also wenn, sagen wir mal, die Erde wird jetzt keiner Katastrophe bevorstehen oder es wird keine Katastrophe geben und es wird weiter Geld investiert in Weltraumforschung, dann wird, glaube ich, intelligentes Leben, glaube ich, wirklich in den nächsten 100 bis 200 Jahren gefunden. Intelligentes Leben. Entschuldigung, Entschuldigung, extraterrestrisches Leben. Upsi. Ups. Zwei verschiedene Sachen. Ja. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass intelligentes extraterrestrisches Wesen uns sofort töten wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist wirklich, das ist aber, das ist auch, spricht Bände für die heutige Zeit, oder? Um nochmal direkt die nächste Philosophiestunde loszutreten. Irgendwie, heutzutage glaubt jeder sofort, alles geht den Bach runter. Irgendwie. Es wird heute alles fatalistisch gesehen und sobald irgendwas ist, nennen wir mal ein Beispiel, Arbeitsplätze gehen verloren, man will in Klima investieren, alle Arbeitsplätze werden verloren gehen und das wird auf jeden Fall bedeuten, dass wir sterben werden oder irgendwelche Schüler protestieren gegen die Klimaerwärmung, dass sie noch eine Zukunft haben wollen und wir beschreien sofort, dass das von, dass das die Wirtschaft nicht mitmachen wird und so weiter und so fort. Ja, wir sind sehr fatalistisch, ne? ja, im Moment ist wirklich, es gibt keinen Optimismus mehr, der Optimismus ist voll umgegangen und vielleicht ist das auch der Grund, warum im Moment die Welt so ein bisschen verrückt spielt, wer weiß. Vielleicht, vielleicht kommt er wieder. Ich glaube, ich glaube wirklich fest daran, dass die Menschheit sich besinnen wird, wer weiß wann. Um es jetzt ganz pathetisch zu sagen, rette die Erde. Rette die Erde. Guckt zumindest, dass ihr wenigstens nicht richtig übertreibt mit eurer Klimabilanz. Genau und falls, falls doch die Welt den Bach runtergeht, dann schaut auf jeden Fall zu, dass ihr irgendwie lernt, wie man Ackerbau betreibt, weil eventuell müsst ihr eure Familie mit Ackerbau bewirtschaften. Würde helfen, ja. so einen kleinen Schrebergarten zu Hause. Du hast ja schon angefangen quasi. Ja, richtig. Ich bin leidenschaftlicher Gärtner, das kann man schon sagen. Also, kann ich nur empfehlen. Gibt es in München Schrebergärten, ist die Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Und wenn, dann habe ich kein Geld dafür. Ist nicht teuer, ist nicht teuer. Ist nicht teuer? Egal. Ist wirklich nicht teuer. Du, also, du pachtest das Land, du mietest quasi sozusagen ein Stückchen Land vom Gartenverein oder von der Stadt, je nachdem, wie der Vertrag ist. Und dann, bei der Übernahme bezahlst du vielleicht einen kleinen Obolus für das, was da schon drauf steht, für die Arbeit, die dein Vorgehen da geleistet hat und die Geräte, die er sich angeschafft hat. Die übernimmt man dann meistens. Und der Rest ist quasi nur noch Wasser und halt die Miete. Und da bezahlen wir, ich glaube, ein Euro pro Monat gerade umgerechnet. Okay, das geht ja. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, war es das jetzt mit der Folge. folgt uns auf Twitter und unter Tales unterstrich Mystery bei Instagram Tales of Science and Mystery, glaube ich. Und wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die genauso ist. Ja, aber Alex, wir haben das Wichtigste vergessen, wir müssen noch einen Debunk machen. Oder ein schlechter Witz. Okay. Ich nehme beides. Hast du was da? Hey, hast du da noch einen von diesen schlechten Witzen? Was können wir in Debunk? Ich gucke letzte Zeit wieder sehr gerne Netflix und da könnte ich so viel Debunken. mal sehen. Ich soll einen raushauen. Nehmen wir mal zum Beispiel, es gibt auch einen Horrorfilm, der heißt, glaube ich, Mars. Heißt der Mars? Ich weiß nicht. Der entdeckt auf jeden Fall so ein Forscherteam. Lebewesen, wenn man das so nennen kann, auf Mars, aber das macht nicht so Spaß zu Debunken. Was ich viel besser finde, sind alle möglichen Zombie-Filme. Auch wenn ihr das langweilig findet, aber die Zombie-Apokalypse wird es so niemals geben, weil, nehmen wir mal alleine Kälte. Zombies überleben ja alles. Du kannst einem Zombie alles abhacken, es lebt trotzdem alles weiter, es sei denn, du gehst ihm in den Kopf. Ja, mag sein, aber bei Kälte oder Feuer, das geht einfach nicht, dass da irgendeine organische Materie so weiterarbeitet, wie sie es bei Raumtemperatur tut oder bei Temperaturen, wo wir gerade in unseren Breitengraden so rumlaufen so tut. Also, quasi, es werden die Organe nicht weiter mit Blut versorgt. Also, jeder Zombie-Film ist die einzige, eine einzige Debunk-Folge, könnte man sagen. Also, um es allein zu sagen, wenn es wirklich heiß wird, denaturieren unsere Proteine, also gehen unsere Bestandteile, also unsere Eiweiße kaputt. Dadurch bewegt sich dann gar nichts mehr. Genau. Ja, auch bei jedem Zombie-Film finde ich es witzig, weil die nichts Essen brauchen, weil der Metabolismus zu niedrig ist, aber wie soll das denn bitte funktionieren? Das sind die gleichen Organe. Leute, wir bauen ständig was ab, ja, und also quasi unser Körper und unsere Zellen, die leben davon, dass irgendwoher Energie kommt. Und Zombies, ja, es gibt manche Filme, zum Beispiel, ich habe jetzt Black Summer geguckt, die Serie habe ich durchgeguckt, und die Zombies, die fressen die Menschen ja noch nicht mehr auf. Die beißen die Eimer, dann verwandeln die sich und dann sind es auch alles Zombies und die leben dann anscheinend irgendwie ewig so weiter und irgendwoher muss aber Energie kommen, Leute, vollkommen nach Schwachsinn. Also, ihr müsst was fressen, um quasi Energie zu verwerten, Energie zu erzeugen. So, das ist mein sehr billiger Debunk. Und ein schlechter Witz, ich weiß nicht, welche Witze wir schon gemacht haben, ich habe immer so ein Repertoire. Ich habe einen guten Witz, pass auf. Okay, das ist aber kein Witz, das sind Papa-Witze. Ich bin ja jetzt angehender Papa und da habe ich einen, habe ich mich schon ein bisschen belesen, was für dumme Witze Papas machen. Da habe ich einen Jodel gesehen, wo ein Mädel darüber geklagt hat, dass der Typ, mit dem sie sich getroffen hat, nur so, nur so dumme Sprüche und Wortwitze rausgehauen hat. Und da sind so Sachen gefallen, wie zum Beispiel, ich muss eigentlich schon lachen, Knorki Talki war mein absoluter Favorit. Knorki Talki und bis später Silje. Oh Gott. Also, meine Freundin schrägt schon die Hände über dem Kopf zusammen, als ob es vorher nicht schon schrecklich gewesen ist, es ist jetzt noch viel schlimmer geworden. Okay. So. Ich habe auch noch einen, warte. Okay, okay. Habe ich mir hier aus Mitte geklaut. Sehr schön. Kujak, vor zwei Monaten, Props an dich. Ich wollte einen Haushaltswarenladen neben einem Skinhead-Lokal eröffnen, aber mein Slogan Stahltöpfe für Kahlköpfe fand weniger Anklang. Moment, ich klopfe auf den Tisch. Das ist, das ist meine Resonanz. ein stilles Nicken. Okay. Etwas gegen Nazis und ja. Alles, alles noch am Ende raushauen, was man gerade einstellt. Was einem gerade einstellt. Okay, Leute, ich hoffe, wir haben euch nicht allzu sehr runtergezogen. Nein, niemals. Die Welt ist schön. Geht mal raus, schaut euch die Welt an und schützt sie. Kämpft drum. Nicht alles schrecklich, auch wenn, auch wenn die Menschheit nicht so an einem Strang zieht. Aber ehrlich gesagt, finde ich auch zum Beispiel das Fridays for Future ganz cool, dass sie das machen. Ich meine, klar, es ist ein bisschen Schulschwänzen und so, aber dadurch passiert halt mal wieder was. Richtig, genau. Das denke ich mir nämlich auch. Man kann davon halten, was man will. Das sind die einzigen, die wirklich sagen, Leute, wenn wir jetzt nichts tun, dann geht, dann fahren wir den verdammten Karren vor die Wand. Rafft ihr das nicht? Das sind die einzigen, die das glaubhaft, rüberbringen können. Und da finde ich das Geile, weil dafür, wir haben so viele Wissenschaftler und kein Mensch dazu. Ja, vor allem, das sind die letzten, wie viel, zwei Stunden an einem Freitag. Also ich hatte meistens Sport Freitagnachmittags und ja, das habe ich auch nicht, sagen wir mal, war ich oft krank. Ja gut, das ist nicht immer so, aber egal. Gut, dann ja Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschau sehen. Ciao.